hallo hui hallo youtube willkommen zurück bei haunting ground in der letzten folge haben wir diese regale verschoben diese bücherregale und somit hat sich oben eine tür geöffnet bzw habe ich sie aufgemacht und dann würde ich sagen gehen wir da mal rein da liegt was ein dörrhuhn hier ist ein projektor aufgestellt er sieht ziemlich alt aus aber vielleicht funktioniert er noch okay wir haben eine filmrolle debiliters wir sind gefilmt worden so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, auch nicht. Naja, noch so, so. Aber hier kann man doch auch nirgendwo hin, oder? Nee. Gibt's doch nicht. Kann man die Karte mal angucken? Was? Was ist jetzt? Hä? Was ist jetzt? Was? 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 Ach ja. Bis zum nächsten Mal. Falls überhaupt noch jemand zuschaut. Tschüss. Was? 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 Was?